Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Der tägliche Stress, die Luftverschmutzung, aber auch ein Skiwerfer in einem Fernsehstudio können der Frisur ganz schön zusetzen. Trotzdem ist schönes Haar besonders wichtig für eine pflegte Erscheinung. Weil die meisten von uns nicht jeden Tag zum Coiffeur kommen, findet man bei GOP eine ganze Palette von bekannten und guten Produkten für die Haarpflege. Dazu gehören auch die Produkte von BELDAM, die Sie jetzt noch günstiger als sonst zum Aktionspreis kaufen können. Das BELDAM Shampoo 2 in 1 ist Shampoo und Pflegespülung in 1. Es enthält Jojobaöl und gibt leicht kemmbares, geschmeidiges Haar und natürlichen Glanz und ist speziell auch für langes und durchgewähltes Haar empfohlen. Das BELDAM Shampoo gegen Schuppen ist besonders mild zu Haar- und Kopfhaut. Es enthält Oktopyrox als Antischuppenwirkstoff und hemmt die Schuppenbildung. Beide BELDAM Shampoo sind übrigens wegen hautfreundlicher pH-Werte ideal, wenn man häufig die Haare waschen möchte. Zusätzlich geschützt und pflegt werden die Haare mit der BELDAM Creme-Spülung und der BELDAM Allwetter Haarspray mit UV-Filter festigt und fixiert die Frisur. Der BELDAM Allwetter Haarspray ist übrigens auch in der Non-Aerosol-Variante mit den entsprechenden Austauschflaschen erhältlich. Und mit dem zeitgemässen Produkt profitiert nicht nur die Umwelt, sondern eben auch noch das Portemonnaie. Reisen und dabei das Portemonnaie schonen, das kann man am besten, wenn man eine Reise gewinnt. Und das ist jetzt möglich dank dem grossen Arnie WM-Wettbewerb. Seit langem sind wir ja wieder mal dabei an einer Fussball-Weltmeisterschaft. Wie lange das her ist seit dem letzten Mal, das ist eine der Wettbewerbsfragen. Teilnahme-Ski gibt es in jeder Arnie Schokoball-Packung. Bleiben Sie also am Ball, es lohnt sich. Einen Sieger oder der Siegerin winkt nämlich eine 13-tägige Reise an das Finale der WM in Amerika. Ausserdem gibt es 500 exklusive Hoppschweiz. Wenn Sie bei uns einkaufen, dann haben Sie die Wahl zwischen den Cop-Exklusiv-Marken oder den bekanntesten Markenartikeln. Wie immer Sie sich auch entscheiden, Genuss ist sicher dabei, oder? Ein sicherer Genuss! In area di vitore! Rodriguez! Sur ta porta! Ja! Der sichere Genuss! Gula Fröschli! Einzeln am Kiosk oder in der Grosspackung. Konfitüre, wie man sie als Kind in Erinnerung hatte, gibt es auch heute noch. Natürlich bei Goop. Und sie heisst Bonne Maman. Raffiniert, aber günstig sind die Rezepte, die wir Ihnen alle 14 Tage im Goop-Studio präsentieren. Auch heute ist es wieder so weit. Malakows sind eigentlich nichts anderes als Kässtängeli im Teig. Mein Rezept stammt aus Russland. Wattländer Söldner haben es von dort heim gebracht, sagt man. Darum sind die Beignets euch vor allem im Wellschland bekannt. Den Käse habe ich in Stängeli geschnitten, mit Weisswein beträufelt, dann leicht pfeffert und zugedeckt eine Stunde ziehen. Anschliessend habe ich zwei Eigelb mit dem Weisswein verwirrt und mit einem halben Teelöffel Salz, einem Esslöffel Öl und Mehl zum glatten Teig vermischt. Den habe ich eine Stunde quellen und ziehe jetzt noch den Eiweisschnee darunter. Kässtängeli jetzt gut im Mehl wenden, sonst klebt der Teig nicht. Dann einzeln durch den Teig ziehen und im Öl goldgelb backen. Auf Haushaltpapier gut abtropfen und sofort servieren. Als Beilage zu diesen Malakows passt zum Beispiel Blattspinat sehr gut. Wenn es Ihnen jetzt hier am Fernsehen etwas zu schnell gegangen ist, können Sie das Rezept in vielen Tageszeitungen und natürlich auch in der Coop-Zeitung nachlesen. Dieser Greyerzerkäse, den die Esther für ihre Malakows gebraucht hat, kommen Sie jetzt übrigens bei uns zum Aktionspreis über, neben anderen interessanten Angeboten. Ein Kilo weisse Spargel kostet bei Coop nur 5,80 Euro und 100 Gramm Gruyère Mild gibt es verpackt für nur 1,50 Euro. Ab zwei grossen Dosen Midi-Ravioli kostet jede Dose nur noch 2,10 Euro. Verschiedene Getränke sind jetzt 30 bis 40 Grad begünstiger. 1,5 Liter Coop Grape Light gibt es zum Beispiel für nur 1,50 Franken. Ausserdem offerieren wir Ihnen das Fulgurit Blumenkistchen für nur 8,50 Euro. Und auch im Coop Restaurant steht wieder ein besonders günstiges Menü auf der Karte. Rindschmorbraten mit Spätzchen und Bohnen für nur 9,80 Euro. Ja und mit diesen Aktionen wäre ich schon wieder am Schluss für heute. Ich wünsche Ihnen morgen viel Vergnügen beim Einkaufen bei Coop und weiterhin einen schönen Abend. , . . . Vielen Dank.